Wenn du auf hohe 5- oder 6-stellige Monatsumsätze kommen möchtest, dann musst du Lead-Generierung meistern. Was ist Lead-Generierung überhaupt? Lead-Generierung ist, wenn du bezahlte Werbeanzeigen schaltest, um Anfragen für dein Business zu erzeugen. Wie kann so ein Hotel, das einfach irgendwo im Nirgendwo, mitten in den Bergen ist, so erfolgreich sein und so viel Geld verdienen? Das ist ganz einfach. Sie haben sich auf eine bestimmte Zielgruppe fokussiert, nämlich reiche Menschen. Von überall auf der Welt reisen Menschen hierher. Sogar Justin Bieber und Hailey Bieber waren in diesem Hotel. Ich habe aus dem gleichen Glas getrunken wie Justin Bieber. Ist das nicht verrückt? Es kommen also reiche Menschen von überall her und zahlen mehrere tausend Euro pro Nacht, um ein Hotelzimmer in diesem Hotel zu buchen. Wir sind auch hier und zwar gerne, weil es genau das Hotel ist, was wir uns vorstellen. Wir wollen entspannen, also kommen wir hierher, nehmen uns eine Auszeit von unserem Business und so machen das alle anderen Hotelgäste, die hier sind, auch. Was kannst du jetzt für dein Business daraus mitnehmen? Ganz einfach. Wenn du ein Geschäft betreibst, dann ist es wichtig, dass du überlegst, okay, wer ist eigentlich meine Zielgruppe? Und diese Zielgruppe, die musst du dann eben erreichen. Und die Zielgruppe sollte idealerweise mehrere Punkte erfüllen. Sie muss ein Problem haben, das du lösen kannst. Die Zielgruppe sollte kaufkräftig sein, weil wenn du mit einer kaufkräftigen Zielgruppe arbeitest, kannst du einfach höhere Preise abrufen. Höhere Preise wiederum ergeben eine höhere Marge für dich. Das bedeutet, du hast mehr Geld, was du in Werbung stecken kannst. Und Werbung ist jetzt hier der Schlüssel, um dein Geschäft aufzubauen. Du musst lernen, wie du Lead-Generierung meisterst. Das heißt, wie du in der Lage bist, hochpreisige Kunden überbezahlte Werbeanzeigen zu targetieren, damit diese eben dein Angebot kaufen. Das heißt, hochpreisige Werbung, zum Beispiel Werbung auf Meta. Wenn du noch kein Geld auf Meta ausgibst, bist du lost. Oder LinkedIn-Ads oder Google-Ads oder TikTok-Ads. All diese Plattformen und noch viele weitere Plattformen ermöglichen es dir, dass du einfach 1 Euro ausgibst und 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Euro, 15 Euro im selben Zeitraum, also im selben Monat wieder einnimmst. Das heißt, das Ganze ist einfach nur ein Rechenspiel. Je höher dein ROAS, also dein Return on Advertising Spend, desto mehr Geld verdienst du letztlich und desto mehr Umsatz machst du. Wir bei Baulig Consulting, wir geben so 450.000 Euro in Werbung aus, jeden Monat. Und es geht hier nur um Online-Werbung und holen dadurch ein Vielfaches an Umsatz wieder raus. Das ermöglicht unsere hohen Gewinne, das ermöglicht auch unser schnelles Wachstum und das alles funktioniert, weil wir uns eben auf eine bestimmte Zielgruppe fokussiert haben, nämlich Coaches, Berater, Trainer, Experten, Dienstleister oder Agenturinhaber und diesen eben dabei helfen, ihr Geschäft auszubauen. Das bedeutet, jede unserer Marketinginitiativen, die wir schalten, sei es so ein Video wie dieses, was du jetzt hier gerade siehst oder unsere großen Kampagnen, die sehr, sehr hochwertig hergestellt worden sind, zielen darauf ab, Neukunden anzuziehen, aber auch Bestandskunden weiterzuentwickeln. Es ist also sehr, sehr wichtig, dass wenn du ein Geschäft aufbauen möchtest, wo du wirklich mehrfach siebenstellige oder achtstellige Jahresumsätze machen möchtest, dass du anfängst, mit Werbung zu denken. Wenn ihr so erfolgreich wärt, dann würdet ihr ja gar keine Werbung schalten hier auf Facebook, also könnt ihr ja gar nicht erfolgreich sein. Das sind so die dummen und losten Kommentare, die ich lese, teilweise sogar von anderen selbstständigen Unternehmern, die einfach nichts verstanden haben, die einfach nicht verstanden haben, wie Business funktioniert, wie man richtig vorgeht. Und du musst Lead-Generierung meistern und das funktioniert nur, indem du einfach anfängst, dein Geld zu investieren, in Werbeanzeigen und Ads schaltest. Wenn du jetzt noch keine Ads schaltest, dann bist du auch lost. Das ist einfach faktisch so. Denn Retargeting beispielsweise kann man jederzeit schalten. Retargeting ist dieser berühmte Turnschuh, den du irgendwo auf einer Webseite dir angeschaut hast und der dich dann durch das ganze Internet verfolgt. Du swipest durch Instagram, auf einmal kriegst du diesen Turnschuh angezeigt. Was du möchtest, ist, du möchtest überall präsent sein. Du willst immer wieder auftauchen bei deinen Interessenten und das funktioniert eben über diese Effekte. Remarketing, Ads und so weiter und so fort. Weil dann entsteht eine mentale Verfügbarkeit. Mentale Verfügbarkeit bedeutet, dass die Leute dich immer wieder im Kopf haben. Das heißt, angenommen, du bist ein Fitnesstrainer und du hilfst Menschen abzunehmen. Und dann sind sie sozusagen unzufrieden mit sich selbst. Und dann denken sie immer wieder an dich, weil sie immer wieder deine Werbeanzeigen sehen. Das heißt, sie sehen immer wieder die Werbung. Du bist immer wieder eingeblendet. Du zeigst immer wieder Kundenergebnisse. Du zeigst immer wieder Fallstudien, Methoden und Strategien, die sie anwenden könnten. Du zeigst immer wieder interessantes Videomaterial von dir beim Trainieren. Und zwar, sie sehen das immer und immer wieder. Und an dem Tag, wo sie sagen, hey, ich möchte jetzt was in meinem Leben ändern. Wenn du also zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort auftauchst. In diesem Moment müssen sie die mentale Verfügbarkeit haben und sagen, ah, das ist der Anbieter, mit dem ich arbeiten möchte. Mit dieser Person möchte ich sprechen. Und in dieser Sekunde, wo sie diese Entscheidung treffen, werden sie dein Kunde. Und genau das möchte ich jetzt von dir. Ich möchte, dass auch du unser Kunde wirst und lernst, wie du bezahlte Werbeanzeigen nutzt für dich. Und nicht, wie du als Konsument nur immer passiv Werbung abbekommst. Sondern wie du lernst, diesen Skill, diesen Business-Skill für dich zu verwenden, um Leads für dein Geschäft zu generieren. Ganz egal, was du anbietest. Wir können dir helfen, wenn du Coach, Berater, Trainer, Dienstleister, Experte oder Agenturinhaber bist. Wir haben schon tausenden anderen Menschen dabei geholfen, erfolgreich Werbung zu schalten. Mit einem hohen ROAS, mit Ergebnissen, mit geilen Umsätzen und dabei auch ihren Gewinn einfach zu steigern. Das heißt, wenn dich das Ganze interessiert, geh jetzt auf www.andreasbaulig.de, trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch bei uns. Und dann schauen wir uns an, wo du gerade stehst mit deinem Business, wo du hin möchtest und helfen dir eben dabei, Lead-Generierung für dich zu meistern.